Na ihr Suchtis, willkommen zur eigentlich dritten Ausgabe unseres Let's Plays. Aber leider wird das erst sozusagen die zweite sein, da die letzte Folge irgendwie sich im Bild aufgehängt hat. Und ja, es ist nicht viel verpassiert. Wir hatten eine Schlucht gefunden, das wisst ihr aus dem ersten Teil. Und da waren halt sehr viele Rohstoffe und alles mögliche. Und ja, wir sind ein paar Mal gestorben und das war's. Jaris auch schon hier? Ja. Ja, der hat schon eine Eisenrüstung. Wir werden uns jetzt hier gleich vom Acker machen. Und uns dann eine richtige Hut bauen. Oh, da ist noch Eisen. Wie viel Eisen braucht man für eine Rüstung? 24. Gut, so viel habe ich schon mal. Guck mal, hier sind Rassenschöder. Habe ich gerade schon gesehen. Weißt du, was da raussteht? Na? Altes Haus, neue Mine. Warte um dich. Ja, wieso, das stimmt doch. Hm. Na ja, altes Haus, äh... Bisher war ja unser Haus für ein paar Nächte. Hier ist auch unser... Dings. Boah, hier sind richtig... Alter, hier ist ein Creeper, der will hier hochschwimmen. Ster, Creeper! Wie geht nochmal ein... Ah, ja, so. Wie geht nochmal was? Ne, ne, schon Wurst. Schon Durst? Schon Wurst. Ja, wir starten schon Durst. Oh, ich sammle noch ein paar XP. Cool, Jari, cool. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich. Äh, hier sind noch Pfeile für dich, wenn du brauchst, ne? Ja, das wäre nett, ich komme hoch. So, das Problem ist nur, wie wollen wir das alles transportieren? Passt das? Na klar, noch. Ich probiere es aus. So, jetzt musst du kommen. Schnell, sonst droppt das alles weg. Du musst den Rest nehmen. Ich habe auch nicht genügend, oder? Ich habe genau genügend Platz, noch einen nachfragen. Ja, okay, dann können wir hier nichts mitnehmen. Brauchen wir auch nicht, oder? Obwohl doch, die Fackeln kann... Ne, wir wollen hier öfter auch mal hin. Sag, ich hab noch die Öfen mitgenommen. Ich wollte eigentlich noch mal weitermachen. Ja, okay, aber nicht lange her, weil sonst wird ihn zu scheinen lassen. Ja, nee, sonst lass ich das erstmal ausbauen. Aus Schrabbelsturm? Nein, Mann. Ein stylisches Haus. Wir müssen erstmal die perfekte Stelle finden, und dann Stein brennen. Jetzt bin ich nicht so weit von unserem Alp, von unserer Mine entfernt. Hier? Alter, im Ernst? Ihr doch. Hey, stimmt, aber lass hinter dem See. Okay, lass rüber schon. Ich bin schneller als du. Nein. Ey, das zählt nicht. Ich bin doch jetzt nicht schwimmbereit, Jari. Das weißt du auch. Ich brauch auch meine Schwimmflügel. Stimmt, ich ertrink dir gerade vor lauter Rüstung. Ey, Leute, hier ist noch eine Mine. Und dann kommt dein Creeper, Mann. Ich geh in eine Mine rein, und da ist nichts. Und da wurde ich weggespringt. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin doch hier. Wo? Ach, da. Ich würd sagen, wir waren hier. Da ist es schön gerade, und ich brauch Essen. Warte mal kurz, ich muss hier mal. Oh mein Gott. Ich muss hier mal kurz meine... Oh mein Gott. ...biss in der Usher, ich will erstellen. Hast du irgendwas zu essen? Ja, ich hab doch gerade welche geschlachtet. Ja. Geschlachtet? Warte mal, dafür gebe ich sie zu weg. Klar, verbraucht. Dafür, was können wir wegschmeißen? Ach, Tragen brauchen wir nicht. Ich hab Hunger. Ja. Lass doch braten, die Stecks, und dann kriegen wir mehr. Ja, okay, dann lass jetzt hier die Öfen hinpacken, und dann beginnen die Bautzen. Und wir sollten schnell anfangen. Ja, komm her. Wir können jetzt eh noch nicht anfangen. Wir brauchen noch Braten. Wir brauchen die Öfen und Kohle und Fleisch, okay? Ähm, ja. Ja, Jari? Ich hab ne Idee, du willst ja noch in die Mine, ne? Oder? Ich hab erst hingeworfen. Du willst ja noch in die Mine. Ich hab nochmal in die Mine, ja, wieso? Ähm, du kannst ganz viel Cobblestone, was wir brennen können. Warum? Sammeln. Weil, bis wir das Haus brauchen. So, fangen wir mal an. Okay, okay, hier ist schon mal Wüster. Das ist gut für Glas. Zack. Zack, 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 zack. Also, wir haben echt kein Kohleproblem. Oh, scheiße. So ungefähr, und... Das lohnt sich nicht mal. Und vertauscht. Kommt gleich nochmal mit 10 an. Übrigens, nehmen wir es direkt ne Kuh. Das ist gut. Was hast du auch noch so viel? Oh, ich hab noch 11 Steaks. Äh, sollten wir nicht lieber Steaks machen? Ja, ich weiß, Stein ist eh fertig. 21 werden grad gebrannt. Ich bräuchte eins, weil ich bin grad kurz vor dem Sterben. Ja, ja, nimm dir. Hast du die Truhen? Ah, ne, die hab ich. Das wär ja abgebaut. Da kacke ich dann nämlich schon mal alles rein. Ja, wäre gut, dass du erstmal alles rein hast. Hä, ne, ich hab noch eine. Du musst noch eine haben. Ich hab noch zwei. Ja, dann halt so. Erst mal alles hier rein kacken, was ich nicht brauche. Und bitte jetzt grad nichts rausholen, weil ich... Äh, warte, warte, ne, warte, das hier hatte ich. Das gehen, brauche ich nicht. Äh, wir haben auch noch Gold, was ich... Was wird drin? Ich komm dann auch gleich in die Mine und dann können wir ein bisschen... Ja, wir sollten erst mal... Lass mal kurz in die Mine pennen. Ja, stimmt, unsere Betten sind noch da. Oh, fuck, ich hab mich schon verirrt. Ja. Warte, ich nehm mir noch ein Steak mit. Stimmt, nehm mir mehrere Steaks mit. Ja, sind bis jetzt nur vier. Für jeden zwei. So, geht doch. Wenn ich schon wieder hier durchschwimme. Oh, da ist ein Skelett. Oh, oh, oh. Mein Gott, hier ist ein Evil Chicken. Ein Evil Chicken. Zum mitnehmen. Der hat grad ein Ei geploppt. Der ist aus, als ob es richtig so mit... Ja, hier ist auch ein Ei und ein Chicken. Ein Evil Chicken. Ja, zwei Chicken, man. Oh, Schankloch. Er hat grad durchschwimmen. Ohne Scheiße, unsere alte Bude ist auch geil. Zombie mit Diamant, äh, mit Goldrüstung. Oh, mit Diamantrüstung, wäre heftig. Ähm. Die töte ich kurz, okay? Da ist noch ein Skelett, da sind ziemlich viele Mobs. Hat nichts gedroppt. Ficken, ficken, ficken. Oh, sorry. Für die Kleineren unter uns. So. Als Haus neue Minus. Pen, pen, pen. Wir werden heute nur ein 15-Minuten-Part machen, aber dafür dann vielleicht noch... Nein, noch nicht. Das ist ein Küper. Töten, den. Mobkreis. Oh Mann, du hast dann Powder gelassen. Wir machen heute wahrscheinlich zwei Parts. So. Erstmal noch eine Pen. Ja, ähm, es wäre schön, wenn ihr uns auch Feedback geben könntet, was wir irgendwie besser machen sollen oder so. Kann ich bitte zwei Stacks haben? Was? Vorher hoch gehst. Achso, ja, hier, hier, hier. Ich bin hier. Oh, ich dachte, du wärst auch gegangen. Ne, ich bin wieder den anderen Weg gegangen. Dann mach ich kurz hier unsere Mapfalle weiter, ne? Und ich, ich besorg ein bisschen Stein und verirr mich wieder. Und ich hab noch eine Gegend gefunden, die wir noch nicht durchsucht haben. Ach, scheiß drauf, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich bin grad nicht gestorben, falls du uns fragen willst. Du bist gestorben? Nein, ich hab doch gesagt, ich bin nicht gestorben. Viel aus großer Höhe. Oh, wie geil. Ich muss, mir fällt aber auf, es ist heute leckfrei bei mir. So. Stein, Stein, Stein. Wir haben jetzt noch mehr Probleme mit dem Speicher. Zwar ist grad eben meine Festplatte kaputt gegangen. Super. Also ich find's ganz amüsant. Freut jeden. Oh Mann, ich muss einmal zu der Truhe laufen. Oder hast du zufällig Holz mit? Ich nicht, ich hab alles da abgelassen. Hast du zufällig Eisen mit? Auch nicht. Wo soll ich Eisen haben? Keine Ahnung, Johann. Ah ja, es ist ja ihr Tag, dann ist es nicht so schlimm. Ja, ja, am Anfang auch mal pappen. Wie ich hier eiskalt die Mops-Halle weiter... Ihr könnt uns mal gute Ideen für unser Haus geben, wenn ihr wollt. Hast du schon eine Vorstellung? Nö. Ich auch nicht. Aber ich muss auch noch mal kurz zu uns haben. Lass auf jeden Fall ein geiles bauen. Aus Kabel? Dann nicht aus Kabel. Oder so. Oh, der hat ein Eisenschwert. Lass uns stylisch aus Stein halten. Wenn er mich mit einem Eisenschwert schlägt, krieg ich einfach zwei Schaden. Oh nein. Hast du zufälligerweise mal das Dripmine gemacht? Nee, du. Nein, weil da war so ein Dripmine-Mine. Oh ja, hier sind noch Sticks. Und ich baue eine Crafting-Branch. Na, super. Die habe ich, glaube ich, mitgenommen, oder nicht? Ja, ich habe auch mehr Tierschneiden. Oh Junge, ich weiß, wo wir unser Haus hinbauen. Wo denn? Direkt gegenüber von den Eingaben. Nein, Mann. Das ist scheiße. Da ist ein schöner See mit der schönen Insel. Was wollen wir denn an unserem alten Haus? Nee, nicht an unserem alten Haus. Direkt gegenüber vom alten Haus. Da ist eine schöne Insel. Wirklich jetzt? Ja. Komm mal her. Ja, warte. Ich bin der Typ mit den Knochen. Ach du Scheiße. Ach so, nee, warte mal. Junge, woher haben wir jetzt schon wieder das ganze Cobblestone, Alter? Keine Ahnung, auf jeden Fall könnte ich gleich jetzt nicht mehr rennen. Und ich kann nicht mehr rennen. Erstmal ein Steak essen. Erstmal ein Steak essen. Das ist Schmieders evil chicken im Wasser. So, oh Mann, ich brauche heute echt lange, das regt mich richtig auf. Geht doch. Hauptsache, wir sind sozusagen in der dritten Folge. Wir haben schon richtig so mega geile Sachen, ne? Ja, dann komm mal mit zur Insel. Lass mal gucken. Warte, warte, warte. Ich guck grad was nach. Ich lass schon mal vor. Ja, was? Warte, ich brauch Essen. Haben wir vielleicht noch ein paar Steaks? Steaks? Einen. Aber mach doch welche. Nee, das kann er. Mach doch einfach. Ja, mach ich doch. Am, 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 am. Ich fresse Steaks. Am, 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 am. Ich laufe schon mal hin, ne? Und da ist noch in. Wenn wir da zu viel Eisen haben, sagt mir das. Dann kann ich uns einen Amboss bauen. Haben wir leider grad aber nicht. Wir brauchen mal wieder eine neue Mine. Warte, ich komm. Aber erst mal müssen wir das Haus machen. Und dann machen wir da so einen Keller. Und da wird dann eine fette. Vielleicht, ich werde vielmehr, dass wir es da hinbauen. Weil das ist... Lol? Ja, nochmal kurz Aufnahme stoppen. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Es gab ein paar kleine Probleme. Und ja, jetzt sind wir mal wieder da. Wir waren grad dabei, die Insel zu besuchen. Wo wir unser Haus aufbauen. Ähm, ist sie groß? Also, ich sah sie jetzt nicht so ganz, aber sie sah sehr groß aus. Recht groß. Und das war eine schöne Fläche. Okay. Mit Bäumen? Nee, ohne Bäume. Doch, ein Baum. Direkt da jetzt. Na ja, groß sieht sie jetzt nicht aus. Da können wir mal rübersprungen. Das sind zwei viele Chickens. Ob wir da durchkommen? Oh mein Gott, das wird so richtig schwer. Ich töte das eine. Hoffentlich gehen wir nicht drauf. Es könnte unser letzter Job sein, Jari. Ah, ich hab's getötet. Hauptsache, ich schwumm einfach rüber und du kühlst erstmal einen Chicken. Ich hab's getötet. Ich bin der Beste. Äh, es ist jetzt nicht so groß, aber... Groß genug, oder? Ja. Ist doch groß genug. Also, hieraufbauern, lass den ganzen Scheiß wieder rüber. Transportieren. Ja, warte. Ja, mach... Mach du... Nee, ich mach das mit. Bau einfach die Kisten ab und dann... Dann müssen wir aber auch so irgendeine Brücke oder so eine Verbindung zum Festland machen, ne? Da ist doch eine Verbindung zum Festland. Guck mal nach rechts. Oder wir machen stylisch mit Booten. Nein, wir machen dann so eine Brücke, ne? Ja. Das Haus muss aber geil werden. Sonst langweil ist die Zuschauer. So. Können wir den Flughafen machen? Ach, ach... Ja, wenn ich hab früher, oder ich, eher gesagt, hab früher mal irgendwie zwei Jahre oder so in so einem komischen Flughafen gearbeitet. Ja, ich hab aber noch klein, da hab ich nicht mal Redstone verstanden. Wie funktionieren Redstone? Ja, ich wollt die ganze Zeit so eine Landebahn machen. Ich hab Leben gefunden. Ich wollt die ganze Zeit so eine Landebahn machen. Ich hab Leben gefunden. Cool. Aber das ist nicht cool. Ich hab Leben gemacht gemacht. Ich hier noch was? Nö. Oh, ja, du hast alles kaputt gemacht. Oh, man, wo sind's noch da? So, ich nehm schon mal Kiste. Ich find's so geil, wie der alles raus droppt. Ich hab vier Küsten. Oh, mein Gott, ich muss die Ofen unterbrechen. Ist klar, ja, ich hab mit einer Spitzackel immer noch. Dafür sind auch Spitzackel da. Ja, und für die Steine, da ist die, also für Steine, da ist die Schaufel da. Dann für Erde ist das Schwert da. Und die, äh, und... Alter, ich verbrauch mein Essen grad so derbst, ne? Und die Axt braucht man eigentlich nicht. Die ist zum Töten da. Die Axt. Das Schwert, das ist dann für, ähm... Ich muss essen. Ich hab dich nach vorne gepusht. Yeah. Pösch. Guck mal. Lill, Hader. So, dann können wir jetzt endlich mal anfangen. Ich würd sagen, du besorgst Stein, ich Holz. Oder andersrum, das ist mir egal. Paul, ich mach schon mal die Treppe. Was machst du? Ich mach jetzt kurz die... Workbench. Nein. Das dauert dann aber fünf, äh, Folgen. Nein, ich nicht. Wenn, dann muss es ja eine geile Brücke sein, nicht einfach so ein Ranzding. Erst mal eine Brücke zum Rüberkommen. Ja, so wie Gronk früher, ne? Mit seinem Strandhaus. Oh ja. Die fairen Folgen waren auch gut jetzt mit Jela. Das ist echt so. Was will er bei über tausend Folgen noch machen? Was will er? Tausend Komma... Neu... 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 Ja, zum Beispiel Folkshop Media, die haben auch bei 300 oder so aufgehört, weil es keinen Sinn mehr macht. Was soll man noch bein? Ich bin auch noch bis zu Ende, Drachen, bis man den getötet hat. Naja, okay, aber den kann man ja theoretisch töten, wenn man will. Man braucht nur Ausrüstung. Ja, das ist es. Na, für den muss man ein paar Diamonds finden. Hast du noch ein paar Cobblestone? Ein paar ist gut, ja. Jetzt auf Cobblestone? Ja. Neu doch lieber normale Stein. Oh Mann, das ist echt ranzieh. Warum kann es hier kein WorldEdit geben? Die ganze Scheiße abbauen hier. Vielleicht können wir ja mal kurz einen Cut machen, dann sagen wir, die Aufnahme wurde unterbrochen. Hat man jetzt auch gar nicht gehört, Yari. Wieso? Kann der Mann wirklich sein, dass er dann auf einmal das kaputt geht? Ja, ich weiß... Ey, der hat gecheatet. Nein, wir haben einfach nur weitergebracht. Ne, das bringt nichts. Also, wir müssen die Folge eh gleich beenden. Ja, wir haben diese Folge nicht sehr viel geschafft. Obwohl, wir machen jetzt auch noch die dritte mit rein, sozusagen. Ja, lass was machen. Das Dumme ist einfach nur, dass ich jetzt diese ganze Kacke abbauen muss. Und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder nach einem kleinen Cut. Ja, wir sind immer noch dabei, die Scheiße abzubauen, weil Yari uns ja nicht hilft. Helfen will. Muss mal gucken. Vielleicht werde ich morgen in der Schule auch eine Folge machen. Habt ihr da auch noch im Programm? Nö, hole ich mir schnell. Hallo, glaubst du, ich mache in der Schule keine Scheiße? Und scheiße, jemand kriegt dafür so richtig scheiß Ärger, ne? Ähm, übrigens haben wir bald vielleicht noch einen Stargast. Aber das besprechen Yari und ich nachher. Was? Wie viel haben wir nachher? Vielleicht haben wir später noch einmal einen Stargast, aber das klären Yari und ich später. Da werdet ihr dann noch sehen. Oh man, da, 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 da. Oh, ich sammle es gar nicht mehr ein, weil ich gar keinen Platz mehr habe. Hast du die Kisten schon? Nein, ich hab die auch mit. Dann setz sie mal hier hin, bitte. Ich brauche was zu essen, fällt mir gerade auf. Ich hab Essen. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin mir nicht. Oh, ist gestoppt. Where are you? Ja, in der Mine, lass mal pennen. Mann, die Leute sollen noch mal was von der Folge sehen. Naja, oh Junge. Jetzt wurde ich auch rausgeworfen. Da sind wir wieder nach einem kleinen Cut. Es gab irgendwie, also heute, es backt, also es leckt nicht. Aber irgendwie, wiegt man ein bisschen. Komm. Ach ja, genau, pennen. Nein, wir brauchen nicht pennen, wir sehen keine Lust. Oh, du musst doch die Kisten. Tja, irgendwie haben die gerade Probleme. Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, wir sehen euch nächste Folge wieder. Und bitte vergesst das, weil ich hab keine Ahnung, was mit den Servern gerade abgeht. Stimmte Überlastung. Und tschüss, ne? Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Und haut rein.